Beim Laufen leisten die Füße Schwerstarbeit. Während eines 10-Kilometer-Laufs setzen sie ca. 6500 Mal auf und fangen bei jedem einzelnen Schritt ein mehrfaches des Körpergewichts ab. Deshalb verdient der Laufschuh eine besondere Beachtung. Wir haben Andreas Niedrich in das Fachgeschäft seines Vertrauens geschickt, um sich für uns genauer zu erkundigen. Ich brauche deine Hilfe. Und zwar, wie kann man Laufanfängern plausibel erklären, vor allem einfach erklären, welcher Stufe in der richtige ist. Ganz einfach. Im Grunde genommen gibt es zwei Typen von Läufern. Einmal die Pronationsläufer, das heißt starkes Einkrieg nach innen, und die Neutralläufer, die Subpinierer, die mehr über außen kommen. Und dementsprechend sind die Schuhe auch aufgebaut. Und wie kann man das sehen? Ich möchte dir das mal so an Schuhen zeigen, wie das aussehen könnte. Ja, vor allen Dingen. Man guckt ja immer erst mal nach dem Äußeren, was sieht schön aus. Das Aussehen sollte eigentlich keine Rolle spielen. Was ist ein typischer Pronationsstufe? Der Pronationsläufer ist zum Beispiel sowas hier. Der zeichnet sich dadurch aus, dass der halt hier eine sehr starke Innenstütze hat und breiten Leisten hat. Das heißt, dunkle Sohle heißt immer härter. Dunkle Sohle ist härter, dunkles Material. Das heißt, den können auch starke Pronierer, schwere, schwergewichtige Leute, die stark nach innen gehen, laufen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die ein bisschen leichter pronieren. Die brauchen ja nicht ganz so einen stabilen Schuh. Das heißt, der Schuh ist so ein bisschen taillierter. Und diese Innenstütze ist nicht ganz so steif. Auf der anderen Seite gibt es dann die Suppinationsschuhe. Kann man schon ganz leicht erkennen. Kein graues, härteres Material. Sehr tailliert. Der ist sehr flexibel, das Ganze. Die sind dann nur außen relativ fest, bis sie das Außenaufsetzen vertragen. Und dann sind die halt neutral und keine Innenstütze. Und der ist dann auch um einiges leichter. Der ist dann um einiges leichter, der Schuh. Und wenn die Leute jetzt kommen, dann würden wir sagen, bitte Schuhe aus, Hosenbeine hochkrempeln, einmal hinstellen. So unterschiedlich die Läufer und ihre Füße, so groß ist die Auswahl. In einem gut sortierten Fachgeschäft wird man individuell und markenunabhängig beraten. Ein guter Verkäufer wird Beine und Füße genau anschauen, nach dem Gewicht und den Laufgewohnheiten fragen. Der Schuh sollte möglichst dämpfend wirken, das Abrollen des Fußes gewährleisten und eventuelle Fehlstellungen korrigieren. Bei extremen Fehlstellungen sollten Sie sich allerdings an einen Orthopäden wenden. Zudem sollte man die Socken zur Anprobe tragen, die Sie auch beim Laufen verwenden. Denn die richtige Größe des Schuhs ist entscheidend. So wichtig ist, dass du halt so einen halben Daumen Platz vorne hast. Im Sitzen einen ganzen Daumen, im Stehen halt einen halben Daumen. Es ist ganz wichtig, dass da ein bisschen Platz ist, weil beim Laufen schwellen die Füße ein bisschen an und ja nicht zu klein kaufen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Bei einer Laufbandanalyse wird anhand der Fußstellung deutlich, welcher Läufertyp sie tatsächlich sind. Ob und in welchem Maße sie überpronieren, also die Füße nach innen abknicken, oder supinieren, also eher auf der Außenkante des Fußes aufsetzen. Anhand dessen entscheidet sich, welcher Schuh ihrem Laufstil entgegenkommt. Hier, Andreas, in der Abholphase, da siehst du deutlich, dass du hier stark nach innen gehst. Und das wollen wir verbessern. Obwohl man vom Gefühl her das gar nicht spürt. Absolut. Du denkst, du läufst gerade, aber du siehst deutlich, dass du ganz stark nach innen gehst. Hier haben wir jetzt die Alternative. Du siehst hier härteres Innenmaterial, Fronationsstütze. Das vergleichen wir jetzt mal an. Anhand des direkten Vergleichs ist die Auswirkung der unterschiedlich gestützten Schuhe auch für den Laien leicht erkennbar und lässt sie den für sie optimalen Laufschuh finden. Fronationsgeschützten Schuh und rechts den ersten Schuh. Dann vergleichen wir das mal an. Ja, ist ganz anders. So, hier siehst du die starke Fronationsbewegung hier. Hier hast du den gestützten Schuh und da ist es relativ gerade. Der ganze Knick in der Achillessehne ist hier extrem und hier sieht das alles gerade aus. Auf Dauer wird dich dieser Schuh wesentlich mehr vor Verletzungen schützen als dieser. Und deshalb ist so eine Laufwandanalyse sehr, sehr wichtig bei der Auswahl des Schuhes. Also, Augen auf beim Schuhekauf. Auch wenn die alten Laufschuhe zum Einstieg und Ausprobieren in aller Regel noch reichen, spätestens wenn sie sich regelmäßig die Laufschuhe schnüren, ist ein Besuch im Fachgeschäft ratsam. Und wenn Sie weitere Tipps für Ihren Laufschuhkauf benötigen, schauen Sie einfach mal auf meiner Kolumne nach. Viel Spaß dabei!